hallo und herzlich willkommen auf kaliber 80 leute heute spricht euer pilot von kaliber 80 airlines wir fliegen mit der community team of the season pack ins nimmerland leute ich habe es voll in den ihr wisst schon wo dass ich eine granate ziehe lassen wir uns überraschen bevor ich das pack öffne leute vergisst nicht zu abonnieren und vergisst nicht zu liken also wir hauen raus kimin jay kimin jay alter der ist nicht schlecht der hat geile werte aber ist leider ein sbc futter leute wie auch immer danke fürs reinschauen und wie gesagt vergisst nicht zu liken bis zum nächsten mal